Logbuch des Käpt'ns, Jan Böhmermann, seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente und keinen Proviant außer meinem Floß aus Laugengewäck. Wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meinen lieben William wiederzusehen, hält mich aufrecht. Bin sehr, sehr durstig. Um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Glump vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und vielleicht meine Kraft wieder zu gewinnen. Dies wird meine letzte Nachricht. Der Akku meiner Apple Watch geht zu Neige. Oh, mein lieber William, bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verdursten? Ohne dein Gesicht nur ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Neomagazin Royale. Das Spiel mit Jan Böhmermann. Und mir, William Cohn. Episode 2 The Secret of Yannis Island The Secret of Yannis Jingle Nanu, wo bin ich? Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ob hier jemand ist, der mich mit nach Hause nehmen kann? Ich habe eine Sendung zu moderieren, aber erstmal was zu essen und zu trinken organisieren. Mein Hals ist eine staubtrockene Wüste und ich sterbe vor Hunger. Hier lagert der Winterdienst also den Straßenstreu. Mit Schäufelchen und Förmchen würde das mehr Spaß machen. Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Was glitzert denn da? Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Axel? Bist du's? Spongebob? Bist du's? Ach du heilige Makrele! No Risk, no Schwamm! Voll schön, vom Ausblick her! Kommt da Hilfe? Palmela Anderson Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hoffentlich treffe ich nicht die Ziedloh und den Hartwig. Es sieht abgestorben aus. So ungefähr muss es im Kopf von Pietro Lombardi aussehen. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Huch! Sieht so aus, als gäbe es nicht nur eine große Klappe hier. Da steht eingraviert 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ah! Da steht eingraviert Ein Bambus-Dickicht! Tada! MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich hab nen Brand wie ne Bergziege. Ich nehm ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Die Kunst, ich zu sein von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ja, brat mir einer ne Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verringen. Das Vermächtnis der Tümpelritter. D-E-W-Y-L-Devil. Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Ich hab so Hunger, ich könnte drei Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Ob man wohl gleichzeitig verhungern und verdursten kann? Ich will's lieber nicht rausfinden. Longboards sind wrongboards. Konfuzio sagt, auf Sand longboarden zerstört die Kugellager. Oh, ein kaputtes Boot. Das Lieblingsboot der AfD. Es sind schon genug Fernsehlegenden untergegangen. So einen Außenborder hat das Boot von Ralle auch. Das gibt's doch nicht. Das Ding sitzt bombenfest. Zack, fertig. Abgeschraubt. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Ich betanke ihn vorsichtig. Eis. Musik Boah, ich hab so Hunger Games. Ein schöner Rohrstock. Leider Keil. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Da sitzt ein Papagei. Da sitzt ein Papagei. Er macht mich nach. Wie meinen Sie das? Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, sie haben ganz andere Sorgen. Richtig, du Vogel. Ich hab einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In. Das ist eine Insel. Und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen. Was können Sie denn empfehlen? In ihrem Fall einen guten Therapeuten. Man weiß nie, wohinter Lena sich versteckt. Vielleicht kann ich hochklettern? Na toll. Die Liliane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ist sie auch noch abgereist. Fast so etwas wie eine Angel. Super. Eine Angel mit Köder. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Mh, eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Wenn das Dende sehen könnte. Lecker. Glumpsecco. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Das Universal-Tool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Hey Kumpel, könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Klaro. Herzlichen Dank. Damit wäre der größte Hunger gestillt. Was war das für ein Geräusch? Ich nehme es mit. Lösegeld, Lösegeld, Lösegeld. Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vorab, machen sie fertig. Seid ihr dabei? Pff. Jan, halte durch! Ich rette dich! Der Entscheide-Dich-Hut. Der Entscheide-Dich-Hut. Hättest du lieber einen Spaghetti-Top aus Karotten oder eine Karotten-Jeans aus Spaghetti? Gute Sängerin. Hat die nicht Tupac erschossen? Hey Larissa! Ey, bist du nicht der, der mich ständig auf Tinder stalkt? Äh. Und was machst du so? Ich muss gleich nochmal Tupac interviewen. Hm. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Los komm, wir suchen Jan! Jan? Jan? Hm. Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Fang du doch schon mal an. Ich such später auf Snapchat. Weißt du, wo die GEZ-Überschuss-Millionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich hab eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Ich muss dann mal wieder. Jaja, man sieht sich. Gut, dass ich meine Hassbräfe immer anonym geschrieben habe. Hallo Bifi! Hallo William! Und was machst du so? Jetzt, wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. Hahaha! Los komm, wir suchen Jan! Hilf du mir mal lieber bei der Suche nach Stefan. Der ist mit seinem Boosterboard abgedüst. Und seitdem verschollen. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ich habe einen erfolgreichen Podcast, eine eigene Sketch-Show und hoste regelmäßig eine Morgensendung. Da hab ich für so einen Quatsch keine Zeit. Weißt du, wo die GEZ-Überschuss-Millionen sind? Ich bin hier der Biefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür machen kann. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Ich muss dann mal wieder. Ja, ja, man sieht sich. Wo ist denn nur dieses Kebabland, von dem alle reden? Mehr Beef hat sonst nur Jumbo Schreiner bekommen. Moment mal. Ein Lottoschein mit Jans Glückszahlen? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Warum lässt er den hier so rumliegen? Bitte Code eingeben. Bitte Code eingeben. Mal sehen. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Gestätigt. Das muss die Tür zum Speicher mit den GEZ-Überschussgeldern sein. Das muss die Tür... Was? Das kann nicht sein. Sind die GEZ-Millionen am Ende nur ein Mythos? Eine Notiz von Jan? Musste mir kurzfristig etwas Geld leihen. Bringe es wieder zurück. XOXO Jan. Böhmermann an Außenwelt. Böhmermann an William. Bitte kommen. Hört mich jemand? Over. Mist. Die Batterie ist leer. Ich muss eine neue besorgen. Lol. Kein Problem auf einer einsamen Insel. Er treibt Holz-Quest. So ein Stück Holz kann man immer gebrauchen. Welches iPhone-Modell das wohl ist? Ah, hallo. Endlich treffe ich mal jemanden auf diesem gottverlassenen Flecken Erde. Sie erinnern mich an irgendjemanden? Ralf Kabalka? Okay, der kam nicht an. Sie sind schön rund und haben ein tolles Muster. Ich nenne sie einfach William, wenn sie nichts dagegen haben. Mein ganzer Stolz. Ein Wagenheber! Und die nächste Reifenpanne kann kommen. Zeit tien riecht. Puh, 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 Puh. Wie geht es eigentlich Helmut Kohl? Ui, der hat aber auch länger nicht die Barten geputzt. Was glitzert denn da? Ein Zippo, was man halt so in einem Wahlmagen findet. Zündende Idee. Aber hier ist es schon hell genug. Ich hebe sie mir lieber für einen dunkleren Ort auf. Der sieht nicht gut aus. Hätte nicht gedacht, dass man hier Netz hat. Es hängt irgendwie fest. Hier sieht es ja fast schlimmer aus als im Autorenraum. Es hängt das, wie ich sie себе. Hier ist es ja fast schlimmer. wird es nicht gut aus. Das ist ja fast. Aber hier ist es nie. Wenn ich es länger nähe, Das war nach dem Kohlendern. Aber das war hier. Und da ist es Erde. Hier hat es mich. Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Zündende Idee. Wer hat denn hier gehaust? Das ist eine Tonscherbe. Ich wüsste einen einsamen Eisenbahnfreund, dem ich damit eine Freude machen könnte. Der Baum soll froh sein, dass aus ihm kein Buch von Sami Slimani wird. Jetzt weint der Baum einen zähen Sirup. Memme. Toll, eine Schüssel. Die Schüssel läuft voll mit dem zähen Zeug. Toll. Ein zäher Sirup läuft heraus. Igitt, es klebt mir an den Händen. Der Baum ist 320. Du entkommst mir nicht. So, rein mit dir. Wenn er die Kohle verschleudert hat, ist er irgendwie auch selbst schuld. Huch, was blinkt denn da? Jan? Jan, bist du es? Muss eine Fehlfunktion sein. Jan, du bist es wirklich, oder? Wenn du es bist, elfmal blinken heißt ja, zwölfmal blinken heißt nein. Jan, Jan, ich komme und rette dich. Hier blinkt es auch. Jan, bist du hier? So viel nutzloser Plunder. Das ist der Typ aus der Heute-Show. Ralf, endlich jemand, auf den man zählen kann. Hallo, William. Los, komm, wir suchen Jan. Ist der weg? Dann fange ich jetzt wieder bei Harald an. Och, bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ja, hm, hab ich jetzt eigentlich nicht so Lust. Nicht, dass ich ihn wieder auf meiner Ducati mitnehmen muss. Ich glaube, Jans Geist ist hier und will uns etwas mitteilen. Naja, wenn er weg ist, verhökere ich erstmal seine Anzüge auf dem Flohmarkt. Er muss hier irgendwo sein. Habt ihr schon im Rutschenparadies geguckt? Ich würde mich für die Suche da freiwillig melden. Ich muss dann mal wieder. Ja, ja, man sieht sich. Rutschenparadies. Im Rutschenparadies ist schon lange keiner mehr gewesen. Gute Idee, Ralf. Danke für den Tipp. Jan? Jan? William? Bist du's? Jan? 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 Wach auf! Dein Retter in der Not ist da. Ich bin's. William? Ach du heilige Makrele! Hallo William! Stell dir vor, ich habe gerade geträumt, wie ich von einem ziemlich fiesen Silberrücken vermöbelt wurde. Und? Habe ich was verpasst? Ralf, Larissa, der Biefträger, alle haben sich große Sorgen gemacht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach dir... Wurde auch langsam Zeit, dass du mich endlich abholst. Wo sind wir hier eigentlich? Ich befürchte, du bist den Schergen der AFG in die Hände gefallen. Die AFG steckt dahinter? Die Alternative für Germania? Die AFG. Lass uns bloß von hier verschwinden! Beeindruckende Sammlung von Folterinstrumenten. Aber wo ist die Wendler-CD? Das ist William. Bei uns sitzen sie immer in der ersten Reihe. Sieht aus wie Klebeband, soweit ich das von hier unten erkennen kann. Da komme ich nicht ran. Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ach, ich bin... Sieht aus wie Klebeband. Da komme ich nicht ran. Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na, Sighi. Pass bloß auf, dass du nicht ins Zahnrad greifst. Alles made in China. Dabei sind die bei dem Verein doch schon alle braun. William, die bauen eine Biowaffe. Eine Popcorn-Maschine. Salziges Popcorn ist eine schlimmere Folter als Waterboarding. Ach naja, wenn's nichts kostet. Ja, Herrin. Die Schmutzstaffel ist nicht umsonst der rechte Arm der Partei. Wir haben den Nestbeschmutzer Böhmermann festgesetzt und unterziehen ihn einer Gehirnwäsche. Ja, Herrin. Die GEZ-Millionen, Herrin. Das Geld der Lügenpresse einsetzen, um unser Parteiprogramm durchzusetzen? Ein hervorragender Plan, Herrin. Das Nervengas verwenden, um die ganze Welt zu braven Parteisoldaten zu machen? So wie mich? Ja, Herrin. Es darf nur niemand unsere teuflischen Pläne in die Hand bekommen. Jan, wir müssen sie aufhalten. Die wollen die ganze Welt mit ihrer Ideologie infizieren. Ja, aber wie? Und wie kommen wir da rein? Schnapp, schnapp. Mic-Test 1, 3. Ups. Die Leitung ist durchgebrannt. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na, Sighi. Hihihihi, das kitzelt. Gibt es hier ein Problem, Soldat? Öffnen Sie sofort die Türe. Mit geschlossenen Bunkern habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Entschuldigen Sie, Boss. Alles klar, Boss. Ich mach auf, Boss. Wo ist er hin? William, wir müssen Ihre Pläne durchkreuzen und die Biowaffen vernichten. Sind die neu oder hängen die hier seit 1933? Was steht da? Hauptsache vor Wintereinbruch in Russland sein? Naja. Geile Glotze. Aber vielleicht könnte mal jemand umschalten. Ich will sexy Sportclips sehen. Da steht on, off. Vielleicht kann ich damit die Biowaffe deaktivieren. Ach, ich drück da jetzt drauf. Oh-oh. Woooah. Oh-oh. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020